Hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde Super Mario Sunshine. Wir befinden uns hier immer noch in der beschissenen Hotelanlage. Und ich habe keine Ahnung... Oh, wohin? Alter, hätte ich jetzt hier drin die Lösung gefunden, hätte doch sowieso jeder geschrieben. Du hast nachgeguckt und du hast nachgeguckt, wo das ist. Aber ich habe keine Ahnung. Was willst du denn von mir, du Sack? Hä? Hä? Mal, red doch mal mit dem. Ein außergewöhnliches Ei kam heute an. Wem mag es gehören? Ah! Oh! Gehört es vielleicht dir, Mario? Nein, denn ich habe keinen scheiß Teil dafür. Hallo? Entschuldigung, aber das Casino hat heute nicht geöffnet. Ja, toll. Kann ich noch nicht mal meine Sucht befriedigen? War ich hier drin? Ja, war ich schon drin. Nee, das ist nicht dasselbe, oder? Nee. Willst du mir irgendwas erzählen? Oh nein. Oh nein, Leute. Ich glaube, ich muss niesen. Ich war überrascht, als ich hörte, dies sei ein Vier-Sterne-Hotel. Also wirklich, ein Wasserschaden auf der Toilette? Ein Wasserschaden? Ist das vielleicht irgendwie die Lösung? Ist auch mal interessant, oder? Ah, da oben, meinst du? Ah! Lol! Hä? What the fuck, man? Holy shit! Hallo? Kannst du mal mit der reden? Hallo, Fotze! Die Geräusche sind so geil. Dieses Geschmiere macht mich krank! Möchtest du wissen, was mich noch viel kranker macht? Der Gedanke, dass du hier reingekommen bist! Hahaha! Lol, das geht! Hä? Und was bringt mir das? Ah! Wahrscheinlich ist ein Geist weg! Äh, lol! Brothelcopter? Was willst du? Ey, dieses Funkeln, ist das vielleicht ein Insigni der Sonne? Ja, lass mich doch mal da ra... Ach, hier bin ich! Ah, cool! Und jetzt ist ein Geist weg und ich kann wahrscheinlich da rein. Geh ich mal von aus. Wie, ich muss noch ein Geist, äh, loswerden. Ah! Mach! So, ich werde jetzt wahrscheinlich gar nicht erst merken, welcher Geist... ...weggegangen ist, auch wenn... ...da total offensichtlich ist. Ist überhaupt einer weg? Ja, irgendwie nicht, ne? Hä? Bin ich blind? Sagt doch, ich sehe das nicht! Der ist noch da! Vielleicht muss ich echt... Ja, ich meine, jetzt weiß ich ja, wonach ich suchen muss, ne? Warum kann ich denn nicht hier lang? Och, Mann! Warum kann ich denn nicht da lang? Oh, Mann! Arschloch, ey! Du Drecksaug, was versperrst du mir den Weg? Gut, dann müssen wir anscheinend noch mehr Geister... ...Gemälde... ...serstören! Ich meine, jetzt wo ich weiß, dass es jetzt sie gibt... ...sollte das ja eigentlich echt ein bisschen einfacher sein, ne? Sauber! Also, wenn das nicht knifflig ist... ...Gemälde! Keine Gemälde! Kann ich denn einfach wieder zurück? Wo war das denn? Hier irgendwo, ne? Oh! Ah! Lol! Oder kann ich hier... Lol! Ja! Komm, leck mich am Arsch! Jetzt kann ich da durch, oder was? Hä? Oh, da ist noch ein Gemälde! Ne, doch nicht! Eine Tür! Ah! Vernicht euch! Ey! Hä? Hallo? Ja! Yeah! Und alle weg! Äh, warte mal! Ich sehe gerade, dass da ein... ...Bild erscheint. Na! Komm, komm! Noch eine Drehung! Noch eine und! Yeah! Geil! So öffnet man Hightech-Türen! Okay! Die sind ein bisschen verwirrt! Hier kann ich wahrscheinlich auch noch hoch! Ne, doch nicht! Okay! Hä? Ach so! Ja, das sind die, die man anspritzen muss! Ich vergaß! Also nicht so, wie Hitler das gemacht hat, sondern... Ne! Ihr wisst, was ich meine! Oh ja! Koll! Guten Tag! Schreist du mich auch an? Warte einen Moment! Wo kommst du her? Sag mal, wo kommst du denn her? Ich rufe nach Hilfe! Bringt dir nichts, Mann! Die Türen sind abgeschlossen, du Bitch! Haha! Oh! Finde den Fleck auf dem Boden, der etwas komisch aussieht! Na, Kinder? Habt ihr ihn schon entdeckt? Ich sehe das nicht! Kann ich hier hin? Auch nicht, ne! Hä? Nein! Nein! Fuck this shit, man! Call! Es war so klar! So langsam erkenne ich... Oh, die Falle... Wer hat denn da Dreck gemacht, ey? Oh, cool! Also das, äh... Ist doch echt mal anspruchsvoll! Im Vergleich zu dem vorherigen! Was willst du mir denn erzählen, hä? Rede doch! Oh! Wo habe ich das Ding hingelegt? Ey, hast du zufällig hier irgendwo eine Ananas gesehen? Ah! Ah! Cool! Yoshi! Hier irgendwo vielleicht? So? Ne! Dann vielleicht hier unten! Yeah! Call! Bam! Hä? Was denn? Was denn? Ma! Geht doch! Ah, da ist sie doch! Und da ist noch eine! Und noch eine! Gut, den bekomme ich nicht weg! Das geht anscheinend echt alles nur mit Yoshi! Ha! Cool! Und jetzt falle ich ins Wasser! Zack, nochmal! Das wäre so cool! Komm, Yoshi! Du kleiner Fratz, du! Du bist ja ein ganz süßer Fratz! Äh... So, jetzt muss ich eigentlich wieder zurück dahin, ne? Alter! Jetzt glaube ich hier schon einmal im Kreis, Mann! Nur für euch! Schau mal, das ist Fanservice! So! Okay! Gehen wir mal hier lang! Dann nach oben! Alter! Ah! Geht doch! Was? Auch nicht? Hä? Jetzt bin ich verwirrt! Gratulation! Ihr habt's geschafft! Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Warte mal, ich geh mal hier runter! Äh... Der Schaden war im... Ersten Stock! Der Wasserschaden! Aber komme ich doch jetzt gar nicht mit ihm hoch, oder doch? Doch! Komme ich! Okay! Und was war hier oben? Ah, okay! Ja, ist okay! Ja, ist... Oh! Alter! Ein bisschen nervig vielleicht, ne? Ich heule gleich! Nein! Nein, 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 nein! Okay, okay! Okay, okay, Spiel! Alter! Jetzt komme ich hier nicht mehr raus! Huuuuh! Hilfe! Hilfe! Ja! 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 Freiheit! Ey, bleib doch mal stehen, ey! Was habt ihr denn? Öh, da ist Wasser! Hier ist schon mal nix! Glaub ich! Guten Tag! Unternehm etwas gegen die Geister! Und hör bitte auf, mich so anzustarren, du Psycho! Alter, was sind die denn alle so nett? Das ist bestimmt nur da, damit... Yoshi auch einen Weg nach oben findet. Ist hier noch irgendwas? Nö! Das sollte ich aber vielleicht öfter tun. Einfach mal die Decken noch angucken. Hä? Was? Warum? Warum? Oh, nein! Hä? Alter, Yoshi! Du Stück Scheiße, ey! Du dreckiges... Wisst ihr was? Ich stopp mal kurz die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hol den mal eben. Alter Leute, ne? Ich hab mir jetzt Yoshi geholt, bin nochmal hierhin gelatscht. Bin dann auf den draufgesprungen hier und dachte mir, okay, wie hab ich den denn jetzt besiegt? Jetzt gerade sind wir aus dem Gehirn rausgespritzt, sozusagen. Wie man das jetzt hier in Super Mario Sunshine sagen würde. Äh, und zwar kann ich doch noch schleckern. Ich kann den einfach wegschleckern. Und das hab ich vorher gar nicht bedacht. Fragt mich nicht, warum. Schön ist allerdings auch, dass ich keine Ahnung habe, wie ich jetzt hier wieder rauskommen soll. Denn hier ist kein Loch. Das einzige Loch, was da ist, ist hier. Ah, wie soll ich denn hier wegkommen? Ich müsste eigentlich alles... Leerspritzen. Damit der Yoshi... Disappiert, oder nicht? Also irgendwie passiert da nix. What the fuck? Alter, wie sieht das denn aus? Holy shit. Die Yoshi-Kanone, los! Ja, egal. Ich, ähm... Mach das dann nochmal kurz hier. Hol nochmal den Yoshi. Geh dahin, wo ich hin soll. Und dann sehen wir uns gleich. Okay, bevor ich den eigentlichen Weg weitergehe, möchte ich unbedingt wissen, was sich da... Hä? War da nicht was drüber? Ah, ne, warte mal. Das ist, äh... Hier hinter. Ups. Will ich wissen, was... Hier ist. Denn da scheint ja noch irgendwas zu sein. Ich glaube, warte mal, so springe ich ab, ne? Okay. Das war auch gar nicht knapp. Ich speichere mal lieber vorher. Hä? Wow, sehr erfolgreich. Nein! Oh, ey. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Toll gemacht. Wie soll man denn da hochkommen, man? Über den Schrank vielleicht? Probier's mal. Guck mal. Guck mal, so geht's ja schon fast. Komm. Nein. Guck mal, wie er da nicht hin kann. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, Yoshi. Ja, Yoshi. Halt die Fresse. Der kann auch nicht hoch. Ja! Ich hab's fast geschafft. Nein! Fuck this shit. Komm. Ja, doch. Aber das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Ja! Lol. Voller Secret bestimmt. Das ist jetzt... Oh, nein. Vielleicht nicht so schlau, denn ich glaube, hier kommt man auch so hin. Kommt man hier auch so hin? Ja! Tatsächlich! Okay! Wie dumm ist das denn? Oh, nein. Ich muss... Hä? Hä? Oh, shit. Fuck this. Hä? Ah, shit. Okay. Wie immer, wenn ich niese, ich hoffe auf 40 Milliarden. Kommentare diesbezüglich. So von wegen... Haha! Das hat sich für Lustig angehört oder... Gesundheit. Oh, shit. Dreimal in einem Part. Nein! Hä? Oh, fuck this shit. So, kann ich doch mal durch? Geht doch. Toll, jetzt heul ich. Jetzt heul ich schon wieder. Jetzt hab das geschafft, Mann. Jetzt hab das gesch... Wieso kann ich da nicht mehr runter? Warum will ich da überhaupt runter? So komm ich doch nie da hin, wo ich hin will. Toll, jetzt laufen mir die Tränen schon runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab die Büchse der Pandora geöffnet. Nein! 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 Du... Alter, auf, du bist! Alter, ne? Warum hab ich das gemacht? Und wie eklig das ist, dass mir grad die Tränen runterlaufen. Nur durch das Niesen, ey. Alter, Manuel. Ich lösche gleich den Part. Jetzt mach! Okay. Okay. Erstmal die Tränen wegwischen. Ich hab da noch umgeheult. Jetzt geht er da rein! Ah! Vor allem wie der immer noch ganz leicht weggepopelt wird. Ja! Ja! Also muss ich hier rein? Wie kommt man denn nochmal da hoch? Wie war denn das? Komm ich da noch hin? Ich glaub, da komm ich gar nicht mehr hin, wo ich hin will. Alter, jetzt sagen wir mal, ich muss Yoshi nochmal zerstören, töten. Nein! Oh! Yoshi geht! Nein, Yoshi! Alter, was ein beschissener Scheiß. Okay. Gut. Roman halt nochmal, ne? Kein... Hab ich kein Problem mit! So, aber jetzt richtig, Leute. Jetzt schaffen wir das. Hat ja nur zwei Parts gedauert, ne? Warum nicht nur einen dritten am besten? Willi, Willi, Willi! Hast du hinter irgendwas? Naja. Ich dachte schon, die Schlawinen hätten da irgendwas versteckt, ey. Das ist die Frage, warte mal, ich speichere mal eben. Äh... War das hier überhaupt richtig? Der Weg? Oder bin ich jetzt... Näh, jetzt bin ich an der Wasserstelle. Und ich glaube, das war falsch. Aber wie kann man dann nochmal hin? Hier war's nicht. Okay, genau. Das war die nervige Stelle. Dann muss ich nach oben. Oder? Alter, ich weiß gar nicht mehr, wie... Jetzt... Jetzt hab ich hier so viel Input gehabt. Und an diesen hat mein Kopf so weggefickt. Dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo das... Wo der richtige Weg war. Ja, fuck the shit, sag ich da nur. Ah ja, hier. Hier war's. Ah, ich hab dich. Ah! Und dann esse ich dich. Du kleiner Schlawiner, du. Ah, war doch klar. Hier gibt's bestimmt noch ein paar blaue Münzen. So. Einmal rumlaufen. Guten Tag. Äh, ja. Hier vielleicht? Ich speichere mal. Da hab ich jetzt echt keinen Bock drauf, das nochmal zu machen. Oh! Ach so, stimmt ja. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Äh, okay. Hä? Da bist du doch eigentlich nur da drüber sein, oder nicht? Ich seh's doch von hier aus. Oder ist das nicht der Raum? Der kann eigentlich gar nicht sein. Da komm ich ja nie hin. Da kam ich her. Da bin ich gerade rein. Ach so. Dann muss ich hier rein. Ich kann's ja mal probieren, ne? Ma! Was glaub ich denn hier für'n Weg, ey? Oder vielleicht sogar da rein? Da. Das war doch nicht der Ort, wo. Nee. Sind wir da da? Oder da unten hin? Ich geh jetzt erstmal hier hin. Aber ich glaub, das ist falsch. Komm ich denn da hin? Alter, wat'n Weg. Von wegen, ne? Dieser Weg wird kein weiter sein, ey. Das stimmt gar nicht. Hä? Hä? Wo glaub ich denn lang? Sag mal, so jetzt bin ich echt verwirrt. Aber Rind hab ich voll ausgetrickst. Laufen halt einmal komplett rum. Und gehen da rein. Also ich glaub, da war ich jetzt noch nicht, oder? Ah! Ich hab's! Oh! Der ätzendste Stern ever, ey! Warum ist die Yoshi grün? Wollte der gerade... Er wollte sich gerade auflösen! Ja, egal. Dann würd ich sagen, was hat das hier mit diesem ekelhaften Scheißpart? Schreib bloß Gesundheit in die Kommentare. Mann, das würd mich voll kränken, wenn nicht. Und das ist auch ziemlich unhöflich, muss man dazu sagen. Und ansonsten würd ich sagen, sehen wir uns morgen um 14 Uhr. Wär nett, wenn ihr den Part hier noch eben bewerten könntet. Bis morgen. Tschüss! Uuuh! Uuuh! Geht, vielen Dank. Outro Bis zum nächsten Mal.